Willkommen Leute zu einer weiteren Pokémon Show. Wir spielen dieses Mal National Dex OU. Heute spielen wir ein Regenteam bestehender aus Megasumpax, Pelipper, King Gambit, Ferroforn, einem Tornado, Tee und Barracuda. Swampard outspeedet alle Choice Scarfus im Regen. Es hat 262 Speed x 2. Also man sieht, dass dieses Ding jeden Scarfer outspeedet. Es kann Waterfalls, Flipturn, EQ und Starsrock. Dann ein physisch speziell defensives Pelipper, was den Regen rausholen soll. Dann haben wir noch ein Überreste King Gambit mit Sucker, Knockoff, Pursuit und Arrowhead. Ein mixed defensives Ferrozone mit den Spikes. Dann noch ein Assault with Tornado's Tee. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Barracuda mit Flipturn, Psychic Fangs, Liquidation und natürlich Crunch. Unser erster Gegner spielt. Wir spielen eigentlich im Wasserteam, könnte man sagen. Der Gegner spielt ein Elektrofellteam. Interessant. Aber ich glaube, wir sind sogar dadurch einfach durch Megasumpax viel besser aufgestellt. Wir können eigentlich alles mit Sumpex neutral treffen. Ich denke, jedes Pokémon wird getuschtet. So, Arrow und Valiant mit Boost Energy ist dieses Pokémon schneller. Vielleicht. So, wir lieben einfach mal mit unserem Pelipper. Eher wahrscheinlich mit Tapu Koko. Ja, wir gehen gleich raus in... ...Ferrophorn. Die Frage ist, kann er Crasnod, Newton, okay. Er bekommt zumindest etwas Chip. Und wir hatten, ja, das Item Ajax-Button. Das heißt, wir gehen in Sumpex raus. Gut, okay. Wir gehen gleich auf die Mega und drücken EQ, um das Tapu Koko zu besiegen. Oder reicht Waterfall auch aus? Wir könnten einfach auch auf Waterfall gehen. Ich denke, die Attacke wird im Regen ausreichen. Besonders Aron Moth wird gewoneshottet. Da bin ich mir sicher. Auch wenn es einen Fist Deathboost hat, weg mit dir. Sehr schön. Wir sind schneller als Iron Jugulous. Oder? Mal überlegen. Der Kalk sagt uns das ja sowieso. Kalk. Kalk. Okay, perfekt. Spielt hier ein Iron Jugulous. Iron Jugulous. Juju Boost Energy. Auf 519 kommt er. Okay, wir haben hier ein Swampod. Mega Swampod. Der spielt hier ein Iron Jugulous. Craspex sagen wir einfach mal. Zwei, 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 Waterfall, 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 Waterfall im Regen. Die Attacke reicht nicht aus. Okay. Das heißt, wir gehen mit der Flipton raus. Wir machen guten Schaden. Perfekt. Und jetzt gehen wir einfach mal in Thornti raus. Thornti hat die Assault West. Und er geht auf eine Z-Attacke. Super Sonic Sky Strike. Die Attacke tanken wir super gut. Und jetzt können wir einfach mal den Hurricane drücken, um das Iron Jugulous zu besiegen. Oder wir könnten auch die U-Tun drücken. Er wird hier raus wechseln. Da bin ich mir sicher. Oder er wechselt nicht raus. Dann bekommen wir wenigstens die Switch Advantage. Und können in Swampod gehen und Flipton zu drücken, um ein Pokémon zu besiegen. Oder wir können... Okay, passt. Und jetzt gehen wir einfach mal in Barracuda, oder? Ja. Ich denke, Barracuda ist auch schnelles Iron Valiant. Wir haben hier zum Beispiel Full Speed auf Barracuda. Ja, Iron Hands. Wir sind schneller als Iron Hands. Aber die Frage ist... Belly Drum Iron Hands. Ist das ein Problem? Wir gehen einfach mal auf Flipton, um es anzutrippen. So, Belly Drum kann ich mir vorstellen. So, dieses Pokémon ist es down. Sehr schön. Hier steht es 4 zu 3 für uns. Wir gehen in Pilipper. Ja, Pilipper wird eine Attacke, denke ich. Safe tanken. Schwer sind es ja. Wir könnten jetzt theoretisch sogar Iron Valiant wegwerfen. So, wir gehen in King Gambit. King Gambit könnte... Wird eine Attacke tanken. Knock Off. Ja. So, wir gehen hier einfach mal auf Sucker. Machen die Pokémon etwas Chip. Mehr Chip wollte ich nicht haben, denn... Es können wir in Barracuda gehen. Und Liquidation drücken. Denn vielleicht trug es ja ein Sash. Das kann man nicht wissen. Deshalb wollte ich das Ding einfach mal anschippen. So, Liquidation ist das ein One-Shot. Jawohl. Sehr schön. Wir sind auch schneller als ein Elektrofeld. Reitschuh mit unserem Barracuda. Also haben wir dieses Game gewonnen. Sehr schön. In Generation 8 habe ich National Decks eigentlich wirklich nie gespielt. Oh, joh schon. Generell Generation 8 habe ich mehr VGC gespielt. Unsere Smogon Singles nicht. Aber besonders habe ich nicht National Decks gespielt. Und ich merke wirklich, wie ich die Mega Pokémon liebe. Wie sie mir gefehlt haben. So, wir gehen hier gleich mit der U-Turn raus. Ich hoffe, die Mega Pokémon kommen wieder bald dazu. Oder zumindest ein Spiel, wo es die Mega Pokémon wieder gibt. So, 3D Dance. Okay. Barracuda kann Close Combat oder auch nicht. Eistrache Ferroson wäre ein W-King Gambit. Auch. Wie spielt man eigentlich ein Bags Calibur? Wir gehen einfach in King Gambit und drücken ein und nicht. Eine Attacke werden wir ja tanken. Oder? Ich denke schon. Okay. Es ist vom Typ Feuer. Gut. Dann gehen wir einfach mal auf Knock of Sucker. Feuer ist mir sogar lieber. Das muss ich schon sagen. EQ tanken wir nicht. Aber jetzt können wir in Barracuda gehen und einfach Flip-Turn drücken. Wenn er in Ramot geht und uns den Flammenkörper besorgen will, sagen wir es mal so. Hätte er zumindest ein Tod des Ramot. So, jetzt gehen wir in Sumpax und können wieder gleich Flip-Turn drücken. Er hat nur Schiefe Water und den Urschiefe Duck ist eigentlich gebannt. Mega Flip-Turn. Sagen wir, er geht auf die Wasserattacke. Okay, hat ein Rocky-Helmet. LOL. Ähm, wir gehen hier einfach mal in Ferrothorn. Er wird auch hier auf die Wasserattacke gehen. Oder Trailblaze. Und er bekommt jetzt etwas Chips. So, jetzt können wir in Thorn gehen. Denn der Regenerator. Okay. Er wird ja ein A-Trick-Button. Dammit. Ähm, jetzt gehen wir in Ferrothorn. Predikten die Wasserattacke. Oder ich gehe in Lando-T. Okay, dann gehen wir auf Toxin. Oder gehen wir auf Knock-Off. Knock-Off brauchen wir nicht drücken. Eine Lage Stachler bringen uns hier für Scherox oder Schiefe. Was für Ramot brauchen wir sie nicht. Ich finde Stachler sind in diesem Kampf nicht so wichtig. Also gehen wir hier einfach mal auf das Toxin. Wir können das gegnerische Lando-T verbrennen. Okay. Und gehen auf Knock. Wenn er jetzt rauswechseln will. Er spielt wahrscheinlich ein Mega-Sherox. Mega-Sherox ist ein bisschen bedrohlich. So ist man überriss. Wahrscheinlich defensives Lando-T. Wir gehen gleich in Plip, um den Regen wieder zu setten. Bitte kein Knock-Off. Das wäre es nicht so schön. Ich gehe gleich auf Scold. Nicht auf Roost. Aber auf Scold. Oder wechseln wir raus. Scold wäre hier wahrscheinlich besser, um etwas Chip zu machen. Switch-Trunch wäre hier vielleicht auch gut. Aber Scold. Offen-Pokémon, um es zu verbrennen. Ja, das wäre gut. Wenn wir jetzt Cherox verbrennen können, wäre das mega gut für uns. Schiefe Water zu verbrennen wäre auch gut. Dann ist das keine Bedrohung mehr. Ja, Pilipe ist schon ein bisschen angechippt. Aber die Frage ist, spielt er auf seinem Tor eine Z-Attacke? Auf welchen Pokémon würde er eher eine Z-Attacke spielen? Hm. Auf welchen Pokémon eher? Nicht auf Lannroos? Okay, der Gegner hat den Kampf aufgegeben. Dann werden wir einfach mal den nächsten Gegner suchen. Stört mich jetzt nicht wirklich. Aber okay. Der nächste Gegner hat ein King Gambit, Buzzwall, Tinglu, Dianzi, Mega Dianzi sicher, Gold Dango und Tapu Lele. Ich merke, Regen ist generell sehr gut. So, wir lieben mit Pilipe, er wahrscheinlich mit Dianzi, ja. Wir gehen gleich in Ferrothorn. Ferrothorn hat ja den Eject-Button. Die Mandensturm. Und jetzt können wir in Sompax gehen. Mega und Waterfall. Oder ist Buzzwall in Switch hin? Ah, wir drücken Flip Turn. So können wir Dianzi besiegen. Und könnten in Barracuda gehen. Aber okay. Rocky Helmet. Dann gehen wir in Thorn. Und drücken hier einfach mal U-Turn. Denn er wird hier raus wechseln. Dann können wir in Swamper gehen. Flip Turn wieder drücken. Er geht in Buzzwall. Und wenn das Pokémon angechippt ist, ist das sehr gut. So, okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal in Barracuda. Es muss ja wieder in Buzzwall gehen. Dann können wir Flip Turn drücken. Oder Psychic Fangs. Oder reicht Liquidation schon aus? Wir drücken Terra Liquidation. Vielleicht reicht die Attacke schon aus. Die Attacke reicht aus. Sehr schön. Jetzt sind meine Pokémon etwas angechippt. Aber das ist kein Problem. So, King Gambit kommt rein. Das Pokémon will ich vorher etwas angechippt haben. Oder wäre es Garf. Okay, die anderen Scuffer wären auf jeden Fall nicht schneller. Vielleicht müssen wir etwas opfern. Vielleicht würde auch eine Attacke ausreichen. Das werden wir jetzt schnell mal kalken. Barracuda in Regen macht einfach viel Schatten. Barracuda Rainsweeper gegen ein. Wie heißt dieses Ding nochmal? King Gambit. Genau. King Gambit. Liquidation. Rain. Water. Wer dann noch 112 HP Investment hat, reicht die Attacke sicher aus. Aber der kann ja auch Sucker haben. Also gehen wir hier raus in Ferrothorn. Knockoff. So können wir ein bisschen anschippen wenigstens. So, wir gehen hier auf Knockoff. Um ihm das Item abzuschlagen. Okay. War er Choice Bandit oder was? Das ist AV. Okay. So. Gut, dann gehen wir auf die Spikes. Es hat zumindest jetzt genug Chip gemacht. Zompax ist schneller und kann es mit dem Ichi rausnehmen. Das King Gambit muss raus. Dann ist sein Bullkix des Pokémon weg oder auch nicht. Knockoff. Okay. Gut. Dann gehen wir auf die Tarnschne. Predicted Sucker. Dann gehen wir in King Gambit raus. Warum soll ich hier jetzt auf ein anderes Taki gehen, wenn er auf Sucker geht? So perfekt herumgespielt um dieses Pokémon. So Tapulele. Kann mich nur mit Focus Blast One-Shotten. Die Attacke trifft sogar. Okay. Wir gehen in Pilipper. Gehen dann gleich in Thorn raus. Thorn hat die AV. Obwohl das Ding Choice Bag sein könnte. Egal. So Tingle. Oh. Hier gehen wir einfach mal auf. Auf U-Turn. Gehen in Pilipper raus. Gehen auf die U-Turn. Okay. Wir sind sogar schneller. Damn it. Gehen in Zompax raus. Welche Angriffstacke hat dieses Ding? Spikes. Okay. Er legt nur Hesas. Dann gehen wir gleich auf Waterfall. Und haben vielleicht das Game jetzt schon mit Zompax gewonnen. Weg. Es tankt die Attacke. Wirbelwind. Okay. Pilipper. Dieses Pokémon kann zumindest Defog. Also ist das jetzt nicht so ein Problem. Hier Skald mir einfach mal. Zompax hat noch 21%. Skald macht guten Schaden. So. Jetzt Defoggen wir hier wieder sofort. Er kann natürlich so einen Regen ausstolen. Aber das passt. So Waterfall. Um das Tinglu zu besiegen. Tinglu kann sehr viele Hazards legen. Das merke ich gerade. Aber sonst. Gut. Tapu Lile kommt rein. Hier gehen wir einfach mal in Thorn. Thorn trägt wie gesagt die Offensivweste. Sidekick. Macht okay in Schaden. Natürlich. Der Spitz-Death-Drop ist nicht gut. Wir gehen mit der U-Turn raus. Gehen in Pilipper. Ich glaube den Regen müssen wir jetzt nicht extra wieder aufheben. Hier können wir einfach mal auf Siedemwasser gehen. Und dagegen hat den Kampf verlassen. Hat ist eine Minute um wieder aufzutauchen. Okay. Gut. So der Gegner ist wieder aufgetaucht. Okay. Besiegt ist mit Mampelippa. Aber wir können in Barracuda gehen. Und ist einfach zweimal Liquidation zu drücken. Um dieses Game zu gewinnen. Wir sind schneller. Es ist ein Scarf Tapu Lile. Wir wären auch schneller mit unserem Mega-Sompex im Regen gewesen. Also ist das gar kein Problem. Okay. Gut. So. Der nächste Gegner. Hat ein King Gambit. Guardchomp. Aron. Threats. Dragapult. Volcarona. Und Katana. Wir lieben ihn natürlich mit Pilipper. So. Aron Threats. Wie sind die Stats von diesem Pokémon nochmal? Data. Aron. Threats. Keine Spitz-Death. Gehen wir mit der Jute raus. Wie spielt man dieses Pokémon? Ich habe wirklich gar keine Ahnung von diesem Ding. Im OU ist dieses sogar so gut ist das Ding. Okay. So. Wie sind die Stats von diesem Pokémon? So. Offense. Das Ding kann Volt switch, aber würde keinen Schaden machen, glaube ich zumindest. Wir gehen einfach ins Horn raus. Es hat Regenerator. Keine Ahnung was er tun will. Okay. Stealth Rock. Wir gehen auf Weather Ball. Auch wenn wir keinen Spezialangriff im Besten haben. Wir haben trotzdem fast immer noch 260 Attack. Das macht Schaden. Sash. Okay. Rapid Spin. Dann gehen wir jetzt mit der Jute raus. Iron Head flinch natürlich. Das heißt, wir gehen in Farothorn. Und lassen wir sterben durch den Rock. Okay. Gut predicted von Gegner. Okay. Aber wir haben natürlich den Adject Button. Das heißt, wir können ins Sompax gehen. Und uns megan. Und EQ drücken, maybe. Okay. Katana. Ist Katana ein Problem? Wie im Zorn zumindest. Aber das hätte vielleicht eher die Heavy Duty Boots gebraucht. Katana ist ein Problem. Ich merke gerade, Katana ist ein großes Problem. Wenn er Katana reinholt, überlege ich sogar, um es einfach mit Swampord anzuchippen und es dafür sterben zu lassen. Oder wir gehen in King Gambit. Oder in Pharaoh. Wir gehen auf Flippton einfach mal. Es ist etwas chipped zumindest schon. Und Zorn ist hier eigentlich immer the way to go, finde ich. Oder auch nicht so ein Angriffsboost. Das heißt, wir gehen jetzt in King Gambit und Pursuten dieses Ding. Ich gehe da einfach mal davon. Oder warte mal. So. Es bekommt normalerweise ich eben ein Angriffsboost. Ist es gechoiced oder nicht? Trägt es sonst einen Life Orb oder normalen Simi Gear Stoß? Puh. Hat es dieses Ding überhaupt in 8 Generationen gegeben? Ähm, wir gehen auf Pursuit. Okay, es zieht sich zurück und wir haben guten Chip gemacht. Also das, was ich wollte. Gut, okay. Gut, hier gehen wir auf Knock-Off. Hier geht erst mega Jumps sogar. Okay. Gut. Gehen wir in Pharaoh? Das ist die Frage. Brauchen wir King Gambit noch? Terra Sucker vielleicht. Wir gehen einfach mal in Pilipper. Pilipper wird jede Attacke tanken. Er wird hier nicht auf eine Drachenattacke gehen. Ich gehe perfekt. Und jetzt können wir in Pharaohshawn gehen. Und er hat sogar Scale-Schutz. Warte mal. Okay, aber es ist kein Problem. Ähm, unser Barracuda wäre trotzdem auf Plus 2 immer noch schneller als dieses Pokémon. So, wir gehen in Barracuda. Drücken. Terra Liquidation maybe? Ja. Oder nicht? Liquidation wird auch ausreichen, hoffe ich. Perfekt. Dann können wir unsere Terra-Kristallisierung noch bewahren, wenn wir sie brauchen für Pilipper oder für King Gambit. Und ich merke wirklich, wie gut einfach King Gambit in jedes Team passt. Man merkt wirklich, dass dieses eines der besten Pokémon ist. So, Dragapult. So, nochmal die Frage. Thumpax war schneller. King Gambit. Das Gegend ist für King Gambit. Ist das eine Bedrohung? Terra Liquidation. Verlieren wir vielleicht Barracuda? Okay, das Ding. Überlebt die Attacke nur knapp. Leider kein Life Orb. Wir gehen einfach in Thumpax. Drücken hier Waterfall oder EQ. Wir drücken hier EQ. Dass uns das Ramoth nicht verbrennen kann, aus irgendeinem Grund. Flippten reicht aus für Katana. Terra kristallisiert hat er sich noch nicht, leider. Da müssen wir ein bisschen rundum spielen. So. Wir müssen hier auf... Contact. Contact. Wir gehen hier auf EQ. Okay, er hat einen Crash-Typen. Dammit. Nimm Terra Water. Giga Rain. Okay. Gut. Wir haben noch eine Wing Con, theoretisch. Wir gehen hier einfach mal auf Knock Off. Er geht in Katana und es stirbt. Okay, gut. Supreme Overlord. Hm. Plippa ist, denke ich, nicht der Play. Da Knock Off uns killt. Okay, gut. Ähm. Ja. Fünf Pokémon sind gestorben. Wir gehen auf Knock Off. Machen guten Schaden. Es trug Black Lassers. So, jetzt kommt der Iron Head Flinch. Flinch. Sucker. Okay, dann gehen wir selbst auf Sucker, um dieses Ding zu... Obwohl... Ähm. Sucker. Bah. Wir gehen auf Sucker einfach mal. Dammit. Vielleicht können wir das Ding killen, ja. Maybe? Denke ich nicht, aber... Warte mal. Iron Head Sucker. Ach. Ja. Die Attacke wird ausreichen. Sehr schön. So. Kann wohl Carona ein Sucker tanken von King Gambit? Ja, leider. Damit haben wir das Game knapp verloren. Schade. Aber wir haben nur wenige Punkte verloren, da er 1700 Punkte hatte. Okay. Der nächste Gegner spielt ein... Sonnenteam ein... Interessantes. So kann ich es zumindest beschreiben. Er spielt Victini, Vinosaur, Farozorn, Zapdos, Walking Wake. Und Kurtl. Okay. Wir leaden hier mit... Zumpax. Er leadet mit Zapdos. Okay. Wir mögen uns und gehen auf Flip Turn. Wer dann Faro geht, wäre das ein Problem. Oder die Tarnstern. Die Tarnstern kann er mit Kurtl entfernen. Er wird hier in Faro gehen, da bin ich mir sicher, aber... Oder er geht in Vino. Das heißt, wir gehen in Pelippa und gehen mit der Juten raus. Irgendwie fehlt es mir gerade, dass wir keinen Sea-User haben. Ja. Irgendwie brauche ich einfach einen Sea-User, ein Mega-Pokémon. Okay, Gigadrain. Gut. Das heißt, wir gehen in Tarn. Mit Tarn gehen wir auf Hurricane. Ich überlege gerade, ob vielleicht ein offensives Tarn besser wäre. Auf jeden Fall, das defensive Tarn passt in dieses Team wirklich sehr gut. Es ist ein defensiver Backbone, der wirklich gut attackiert. Und mit der U-Turn gehen wir hier raus. Obwohl, wenn ein Faro geht, brauchen wir auf jeden Fall immer Chip. Das ist klar. Oder gegen Vino brauchen wir auch immer Chip. Bitte schläg dich selbst. Passt so. Wir gehen weiter auf Hurricane. Er geht in Kurtl. Okay. Wahrscheinlich trifft Hurricane nicht. War klar. Wir gehen mit der Juten raus. Er kann die Rocks rausholen. Die Frage ist, wollen wir sie damit Pelippa entfernen? Ja. Pelippa hat schon Schaden genommen. Von was? Von Vino, genau. Ja, Defog. Aber wenn es in Vino-Sorg geht. Ferrozone. Okay, das ist kein Problem. So, das heißt, wir gehen einfach mal hier in King Gambit, oder? Ja. Spike, warte mal. Spikes, Leech Seed. Wir können auch in Thorn gehen. Um zu scouten, was er tun will, Leech Seed. Ja, okay. Gut, da können wir jetzt in unsere King Gambit gehen. Er kann die Spikes rauslegen, wenn er will. Knockoff. Mach gegen jedes Pokémon guten Schaden. Charol Ball. Da lach ich sogar. So, Knockoff. Terra Fairy. Okay. War das eine richtige Entscheidung von ihm? Body Breast. Okay, wir tanken den Tag sogar. Gut, lol. Gut, das heißt, wir gehen auf Iron Head. Und können dieses Ding sehr gut anschippen. Aber er killt mich jetzt, oder? Ja. Aber wie gesagt, das ist in Ordnung. Denn wenn dieses Pokémon down ist, ist das sehr gut für uns. So. Zompex und Flip Turn, oder? Ja. Flip Turn. Wir könnten auch mit Barracuda Flip Turn drücken, aber ich soll jetzt doch nicht erfahren, ob unser Barracuda Live Up trägt oder nicht. Aber Leute, das Wichtige ist, wir haben beide Counter, Venusaur und Ferrothorn, schon besiegt. Jetzt ist die Frage, ob das Zaptus noch defensiv ist oder nicht. Ich würde schon sagen, ja. Denn ich kann mir irgendwie so ein offensives Hurricane Zaptus nicht vorstellen. In der Sonne. Das will ich aber auch nicht erfahren, ehrlich gesagt. Wir gehen einfach in Ferrothorn, um zu scouten, was er hat. Discharge. Okay, der ist defensiv. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir gehen in Zompex, drücken hier Flip Turn. Ja, das ist wahrscheinlich nicht richtig. So, dann sehen wir auch gleich, ob er Zwing oder Statik ist. Und hoffentlich triggert die Statik nicht. Aber Zaptus ist auch wieder so ein Counter, der einfach down gehen muss. Defog verstehe ich jetzt nicht. So, und es war... So. Okay, wir gehen einfach in Pelipper raus. Gehen in Ferrothorn raus. Discharge, Defog, Roost und Vaultswitch kann ich mir nicht vorstellen. Heatwave spiele ich noch gerne auf so einem defensiven Pokémon. Wir gehen einfach mal auf das Toxin. Oder Knockoff. Knockoff ist besser, vielleicht sogar. Kurtl, perfekt. Wir gehen in Pelipper raus. Heatrock abzuschlagen ist nicht wichtig, glaube ich zumindest. Aber Leute, spielt lieber Mega Glurak Y in der Sonne. Auch wenn die Sonne nicht so lang hält. Und Mega Vino in der Sonne verstehe ich auch nicht. So, U-Turn. Der ist schneller, wir gehen gleich in Zorn. Zorn ist hier definitiv besser. Gigatrain. Okay, wir gehen einfach mal hier auf Hurricane. Obwohl... Ja, 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 ja. Kurtl, die Hurricane trifft in der Sonne nur zu 50%. Weatherball. Wie viel Schaden macht Weatherball? Vielleicht... Okay, nur 17%. Aber es ist Chip, den ich sogar gerne sehe. Ach, wie ist dieses Ding Pressure, so Walking Wake. Wir können hier einfach auf... Knockoff gehen. Okay, es ist ein Sea-Pokémon. Der wäre es Ding Drake. So, wir müssen jetzt die Sonne rausholen. Pelipper können wir jetzt nicht opfern. Wir müssen ein Pokémon opfern. Und das ist, ehrlich gesagt... Ferrothorn. Okay, die Sonne ist weg. Jetzt könnten wir in Pelipper gehen. Will ich aber nicht riskieren. Wir gehen hier einfach mal auf Toxin. Trachometeor. Hat er sogar nicht mal Flammenwürfe entsetzt. So, Power Whip. Oder Spikes. Die Spikes bringen sich für Victini was. Wenn das Victini sehr schwer wäre, für das Vino bringt sich Spikes auch noch etwas. Zapdos. Okay, vielleicht will er ja Defop drücken. Um Zapdos zu toxinieren, wäre er auch sick. So, jetzt gehen wir in Sumpax und holen die Rocks raus. Denn Hazards. Und dann ist er das Mega-Sumpax down. Kurtl verliert 37%. Dann kann er die Sonne auch nicht mehr rausholen. Perfekt. Gut, wir gehen auf Waterfall. Er geht auf Defog. Er bekommt jetzt sehr maßig viel Chip. Keine Statik bitte. Wir können hier einfach auf Flipton gehen. Die Frage ist, will er sich Zapdos noch aufheben oder nicht? Also, der Kampf dauert lange für so ein Team. Aber wir spielen jetzt ja auch safe, muss man sagen. Und wir haben auch ein paar defensive Puken und sogar drei. Ferothorn. Boreos T. Und natürlich noch Pelipper. So. Flipton macht okay in Schaden. Wir gehen in Barracuda. Terra Water Flipton. Oder? Nein, wir drücken einfach mal Terra Water Flipton. Oder nur Flipton reicht auch aus. So, dann können wir in Pelipper gehen. Wenn ein Kurtl geht, drücke ich Skull. Einfach nur, um dieses Pokémon zu besiegen. Denn sobald die Sonne weg ist, sind unsere Pokémon sehr gut so. Skull wird definitiv ausreichen. Und ist das gut? Nee, die Attacke reicht nicht mal aus. Lol. Okay, dann gehen wir auf Defog. Dass die Attacke nicht mal ausreicht. Viktini gut. Okay, Viktini. Da opfern wir jetzt. Ferothorn. Das Ding kann ja sogar auch Boltstrike. War da nicht etwas? Oder V-Crate. Das Ding ist jetzt sowieso langsam. Also können wir in Barracuda gehen. Terra Flipton drücken. Das Ding stirbt. Auch in der Sonne. Steps sehr aktiv. Terra Water. Ja, gehen Walking Wake. Ist wahrscheinlich das Beste, was du hier tun kannst. Der Attacke ist zumindest vierfach resisted. So, Pelipper. So, Thorn. Jetzt gehen wir in Thorn natürlich. Und das Ding bekommt auch immer weiteres Chip. Einfach durch das Toxin. Draco trifft nicht einmal. So, das Kurtl stirbt durch. Jeder Takt von Thorn. So, das Ding ist down. Sehr schön, Kurtl. Da drücken wir Weather Ball, um das Pokémon zu besiegen. Oder wir drücken Knock Off. Knock Off wäre auch gut. Okay. Victini kommt rein. Da drücken wir jetzt einfach mal Knock, um zu sehen, welches Item of the Choice bin. Jetzt gehen wir in Pelipper. Gehen hier auf Scald. Er ist auf V-Crate nicht mehr gelockt. Aber das ist egal. Wir brauchen hier Pelipper auf keinen Fall mehr. Und Leute, ich muss sagen, das Regenteam hier, das funktioniert wirklich sehr gut. Also, das gefällt mir. Mega Sumpex mit Barracuda in einem Team. Das ist wirklich richtig sick. So ein defensives Thorn. Also, ich bin so ein Typ, der eigentlich nicht gern defensives Thorn spielt. Also, ich denke nie, dass das Ding gut ist. Aber immer, wenn ich es im Team habe, macht es Arbeit. Es überzeugt mich, aber ich will das Ding immer offensiv spielen. Seht euch die Stats an. Dieses Ding will man einfach nur offensiv spielen. Also, wie great überleben wir. Und dann hat Pelipper sogar zwei Kills gemacht. Interessant. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, dass euch der Park gefallen hat. Dieses Regenteam funktioniert richtig gut. Mega Sumpex zu spielen macht Spaß. Ich habe Mega Sumpex vermisst. Es gibt auf jeden Fall noch weitere Mega-Pokémon, die ich probieren will. Wie zum Beispiel Pokémon, die nicht Meganeum sind, natürlich. Cherizard X vielleicht. Welche Mega-Pokémon sind im OU? Deansi habe ich schon gespielt. Will ich auch noch mal spielen. Lopunny ist extrem sick, glaube ich. Sableye Scissor. Mega Scissor will ich noch mal spielen. Tita habe ich auch schon gespielt. Aber Beeserfloor will ich auf jeden Fall noch eine Chance geben. Auf jeden Fall, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao. Ciao.